Bis zum Anfall zu dem Großen Wolf, der große Geist hat entschieden, dass Winnetou leben soll. Wie kann es Obuts Abarth wagen, Winnetou töten zu wollen? Das Leben ist heilig. Das Leben jedes Kindes, jedes Vor- und jedes Kriegers. Sieht Obuts Abarth nicht, dass die Bleisgesichter, die er seine Brüder nennt, ihn verraten, sie wollen den Schatz hinzübersicht stellen. Das ist eine Ruhe! Das ist die Wahrheit. Und im Grunde seiner Seele weiß es der Große Wolf auch. Wir, die Apachen, sind seine Brüder. Nicht diese Koyotten! Brinkley! Wir haben die Heilpister! Brinkley! Was tust du? Toshi ist unser Russland! Und du hast mich mein Bruder gemacht! Ganz rechts mein Bruder! Deine Pferde sind auch meine Pferde! So los, mein Bruder! Nehmen Sie das nicht den Kopf! Ich werde ihn folgen!